Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? Töte das! Töte das! Box drauf! Töte das! Hör die Scheiße! Ah, alle kleinen Spinnen! Ah, hallo, ich bin der Zombay und ich springe immer in alle Löcher. Habt ihr welche? Nein, okay. Ich bin leid. Hey, hey Leute! Beruhigt euch, okay? Ich hab ja wohl einen triftigen Grund dafür, warum ich zu spät komme. Wenn ihr wüsstet, was mir alles heute Morgen passiert ist. Es gibt einen Let's Player, sein Name ist Manu. Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie schön er ist und wie traumhaft er aussieht. Auch wenn er Frauen liebt, ich glaube, ich brauch ihn. Alles, was er macht, wird in den Himmel gelobt. Und nein, wie könnt ihr mir glauben sein? Fimmel ist groß, es fühlt sich einfach gut an, in sein Ohrloch zu atmen. Und leise flüstern, True Homo zu sagen. Make it everlasting! Fremorch! Fremorch! Aber zum Glück nicht Revi, äh, der hat ein Kleidchen an... Alles ist besser, alles ist besser, alles ist besser als Revi zu sein. Oh wow, I'm the Barbie girl in the Barbie world. Life in Plastic, it's fantastic. Yeah, you need a chance of my fake and sketchy. Hölle! Ich hoffe, sie hat mir die Fläche auf. So, jetzt. Nein, 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 nein. Komm doch! Yo! Oh! Wahrscheinlich, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack! Endlich mal wieder! So, jetzt reden wir mit dem Schädiger, alles ein bisschen anders... Aus... Grüß mich, ihr Schreck! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen, mein lieben Johannes! Hat rein! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut euch! Ciao! Wir sehen uns gerade, aber auch nicht mehr als Kind Daencia.